Schon in der Bibel hinterlassen sie eine Spur der Zerstörung und verwüsten ganze Landstriche. Aber was wissen wir wirklich über Heuschrecken? Erfahren Sie in Die Invasion der Heuschrecken alles über ihre ungewöhnliche Verwandlung und erleben Sie diese Spezies aus einem völlig neuen Blickwinkel. Die Invasion der Heuschrecken. Montag, 20.15 Uhr. Und nur auf Anixe. Und sehen Sie direkt im Anschluss Echo und die Elefanten. Untertitelung des ZDF, 2020